Kannst du mir einen Kill-Toffel anbieten, Malto? Ja, ich würde doch gerne einen Knife-Kill machen. Krasse, Exo. Aber ich weiß nicht, wo. Wie könnte ich denn hier mal einen Knife-Kill bespielen? Doch, ich weiß, wie ich einen Knife-Kill bespiele. Der ist aber maximal riskant. Wenn der klappt, ist geil. Aber die Chancen stehen bei 90%, dass es nicht klappt. Und zwar kommen die sehr hart, Untergrund und B. Ich spekuliere jetzt darauf, dass sie nicht Mitte gehen. Ich werde Mitte durchschleichen. Und die im Untergrund backstammen. Dabei helfen wir, diese Smoke. Die sorgt dafür, dass ich hier näher ranrücken kann. Habt ihr gesehen? So, ab hier macht ihr leise. Und arbeitet euch langsam. Langsam in den Untergrund vor. Und hofft genau auf das, was hier jetzt gerade passiert. Hä? Was ist das? Ja, was ist das jetzt?